Zu geil! Nein! Mit meiner magischen Eisenfaust wär das nicht. Nehmen wir mal die Keule. Ey, hallo! Nicht weiter ruf jetzt! Entschuldigung. Das war natürlich nicht absichtlich. Ich sag dir, es ist wie mein Geldtransporter. Scheiße, raus hier! Und? Ist die Tür auf? Tatsache! Er hat recht. Die Tür ist auf. Ja, also so wissen wir jetzt auch schon mal. Die Tür geht auf. Hättest du mich wenigstens noch weglaufen lassen können. Du wirst weglaufen? Du bist der Pilot? Der Pilot geht mit seinem Flugzeug runter. Das waren die Kapitäne bei Schiffen. Oh. Ja, okay. Okay, mein Fehler. So. 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 So.